Quick-Tipp zu Russian Fishing 4, heute Köderbeschaffung. Graf Zahl hatte im Discord einen schönen Beitrag gepostet, und zwar wie man im Idealfall die Köderbeschaffung skillt, und zwar so skillt, dass man nicht die ganze Zeit seinen Silber raushaut für unnütze Dinge, sondern dass man effektiv während des Angelns immer wieder zwischendurch weiter skillt, und wenn man hier O drückt und auf seine Köderbeschaffung klickt, dann sieht man eben hier, auch ich bin noch nicht bei 100%, sondern, ja, jetzt gerade bei 94% und habe einfach schön Stück für Stück nebenbei weiter geskillt, wobei ich hier zum Ende ein wenig müde geworden bin mit dem Skillen, aber das kann ja noch alles kommen. Also, wie fängt man am besten an? Als erstes geht ihr zum Werkzeugladen, kauft euch eine Schaufel für gerade mal 38 Silber, rüstet die Schaufel aus, also ungedrückt halten, da ist die Schaufel, reinziehen, und dann wird geschaufelt. Zack, erstes Mal geschaufelt, dafür ist es natürlich nicht wichtig, dass ihr hier im Wasser schaufelt, ich wollte nur mein Gesicht nochmal sehen. Also, schon geschaufelt, hier in dem Fall jetzt einen Regenwurm und einen Mistkäfer bekommen, sehr schön, und wenn ihr im Low-Level-Bereich seid beim Skillen, habt ihr damit schon den ersten Skillpunkt gemacht. Durch das Schaufeln verbraucht ihr regelmäßig eure Energie, das heißt, ihr müsst zwischendurch entweder was essen, das kann man da hinten an der Kantine, an der Pommesbude gratis machen, gerade im Low-Level-Bereich lohnt es sich, zwischendurch was essen, die Energie regeneriert, während ihr so schön am Angeln seid, und dann einfach wieder schaufeln. Oder ihr kocht euch zwischendurch Tee, und es gilt damit auch gleichzeitig die Kochkunst ein wenig hoch, und habt immer schön ein bisschen Tee zum Trinken, und danach geht es weiter mit dem Schaufeln. Einer der besten Köder für den Anfang, und der auch schon im Tutorial beschrieben ist, ist der Weißbrotköder. Dadurch einfach ein bisschen Weißbrot kaufen, dann die Taste N drücken, hier auf Brotmasse gehen, auswählen, und anfertigen. Das kann schon einmal misslingen, aber in der Regel funktioniert es, da einfach eine Handvoll Köder produzieren. Den Köder kann man immer verwenden, einer der Top-Köder für Giebelkarrauschen, einfach, ja, ich sag mal, bei den ersten Gewässern einer der wichtigsten Köder. Wenn ihr mit der Brotmasse fertig seid, und ordentlich Skillpunkte darin produziert habt, und ordentlich Massen an Brotködern produziert habt, dann geht es weiter. Ab einem gewissen Punkt bekommt ihr ja quasi keine Skillpunkte mehr dafür. Dann geht es weiter hier zum Windenbach, und da dann speziell zum Bauernhof hier. Und wenn ihr da mal freundlich nachfragt, ob die ein paar leckere Kartoffeln für euch haben, dann einfach mal hier zack anklopfen, Kartoffeln kaufen, und Kartoffelköder produzieren. Auch einer der Top-Köder für Karpfen. Auch hier wieder N drücken, Kartoffelwürfel auswählen, die Kartoffel hier reinziehen, oder sie ist schon drin, anfertigen, und damit weiter skillen. Die nachfolgenden Köder werden hergestellt aus Produkten, hier direkt gegenüber aus dem Lebensmittelladen. Da gibt es zum einen natürlich auch die Perlengraupen, die man verwenden kann. Ein Köder, der immer wieder gerne auch fürs Brassenangeln verwendet wird. Oder natürlich auch den Haferbrei. Mit den beiden Produkten kann man dann auch hervorragend weiter skillen. Für Perlengraupen reichen quasi hier die Perlengraupen, und für den Haferbrei muss man dann zusätzlich auch nochmal die Milch quasi mitkaufen, und damit dann weiter skillen. Und auch hier findet ihr dann die Produkte natürlich anschließend, hier unter der Taste N, alles aufgelistet. Um weiter skillen zu können, müsst ihr Level 16 sein, und dort geht es dann hier an den Kuori, und dort direkt am Anfang hier zur Molkerei. Denn hier gibt es Käse in großen Mengen. Ich nehme auch direkt nochmal ein großes Pack mit. Kann man nie genug haben, wenn man schon mal gerade hier ist. Mit dem Käse skillt man dann natürlich Käsewürfel. Man kann sich natürlich auch noch Quarkteig herstellen, und Quark hier einkaufen. Denkt aber daran, das sind sehr, sehr teure Köder. Das ist vielleicht für den Anfang nicht zwingend notwendig. Aber falls ihr die frische Milch, Quark, saure Sahne oder so etwas sucht, alles hier in der Molkerei am Kuori. Und während ihr so am Angeln seid, und am Skillen seid natürlich immer wieder das Schaufeln nicht vergessen. Ich tue mich auch sehr schwer damit. Ich muss mich regelmäßig daran erinnern, zwischendurch mal wieder zu schaufeln. Weiter geht es dann natürlich hier wieder im Lebensmittelgeschäft mit dem Erbsenbrei. Gucken wir mal eben rein. Erbsen und Grieß braucht man dafür. Und wenn man Erbsen und Grieß zusammenpanscht, dann bekommt man den Erbsenbrei. Erbsenbrei skillt ihr dann so lange, bis ihr die Fischfetzenproduktion freigeschaltet habt. Und wenn ihr dann die Fischfetzen frei habt, dann geht es hier wieder ab zum Werkzeugladen. Und da wird es dann langsam ein bisschen teurer. Ab zum Filetiermesser. Und damit könnt ihr dann die Fischfetzen herstellen. Um Fischfetzen herzustellen, auch da wieder auf N drücken, runtersuchen hier bis zu den Fischfetzen, das Filetiermesser auswählen, was man sich gerade geholt hat. Dort dann einen maßigen Fisch, oder in der Regel sind es auch ununtermaßige, ab 500 Gramm. Einen Fisch auswählen, reinziehen und dann herstellen. Einfach eine Runde drehen. Zack. Und schon hat man jetzt hier in dem Fall sogar zwei Fischfetzen bekommen. Ihr seht, hier ist es noch einmal beschrieben. Fische von 500 Gramm bis 15 Kilo können zu Fischfetzen verarbeitet werden. Ich bin mittlerweile hier am Wolcho angekommen, am Level 20 Gewässer. Und wenn wir hier in den Shop reingucken und gerade nochmal vergleichen, wie teuer das Messer am Koori war und wie teuer es hier am Wolcho ist, da sehen wir, ja, fast 20, über 20 Silberunterschied. Also, solche Sachen im Idealfall alles am Wolcho kaufen beziehungsweise am Moskito sollte das auch ähnlich günstig sein. Nach dem Herstellen von Fischfetzen geht es dann zum Füroche, Frösche fangen und herstellen beziehungsweise, ja, wenn ihr den Kescher voll habt mit maßigen Fröschen, dann könnt ihr sie umwandeln zu Ködern und das sind hervorragende Köder auch zum Beispiel fürs Hechtangeln, ab und zu auch mal fürs Aalangeln. Also, mit den Fröschen geht es danach weiter. Da lohnt es sich entweder zu stippen oder mit den kleinen Bolleruten auf Froschjagd zu gehen. Wenn ihr ausgiebig Frösche gefangen habt und umgewandelt habt zu Ködern, kommt ihr dann zum Köderfisch herstellen und fürs Köderfisch herstellen, da benötigt man einen Köderfischeimer. Und wenn wir das jetzt hier gerade so sehen, auch speziell bei dem Messer, einkaufen am besten am Wolcho, am Level 20 Gewässer, da sind die meisten Materialien deutlich günstiger. Über 70 Silber war es ja hier gerade am Koori. Hier kostet das Messer unter 50, 48 Silber. Und auch der Köderfischeimer, den wir benötigen, der liegt hier bei 967 Silber. Also auch hier am besten einkaufen das Gerät. Und damit könnt ihr dann die Köderfische herstellen. Bei den Köderfischen ist es dann so, wenn ihr in dem Bereich Köderfisch seid, hier gibt es dann für jeden Köderfisch verschiedene Größen. Wenn wir hier den Barsch zum Beispiel nehmen, sehen wir Barsche von 100 bis 150 Gramm. Die kann man umwandeln. Güster zum Beispiel 50 bis 100 Gramm. Rotaugen 50 bis 100 Gramm. Oder für den Anfang natürlich auch noch interessant, gerade die Laube. Lauben kann man natürlich auch hervorragend verwenden. Und da beißen auch sehr, sehr viele Fische im Anfang drauf. Kaulbarsch genauso. Also das sind so die wichtigsten beiden Köderfische für den Anfang. Ja, und das ist es dann eigentlich auch schon. Das ist der schnellste Weg, um die Köderbeschaffung hochzuskillen. Und zwar so hochzuskillen, dass man zwischendurch die Köder eben auch noch verwenden kann. Wenn ihr den schnelleren Weg beziehungsweise den teuersten Weg nehmen wollt, kauft ihr euch einfach Eier ohne Ende beim Bauern und kloppt den Eierteig durch. Das ist natürlich sehr, sehr teuer. Und Eierteig ist irgendwie einer der Köder. Tja, wird äußerst selten verwendet. Wenn ihr das Ganze geholfen hat und gefallen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren, vielleicht im Discord vorbeischauen. Da gibt es viele solcher Tipps und Tricks. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Peter. Peter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017